Sie sehen die Nachwirkungen eines russischen Marschflugkörperangriffs in Chitomir 85 Meilen westlich von Kiew. Und das ist ein Wohngebäude in der Nähe eines Krankenhauses. Der Feuerwehrmann ruft, da im Haus ist ein Mann. Seid vorsichtig. Die 95. Luftangriffsbrigade ist in Chitomir stationiert und der Angriff galt wahrscheinlich Ihnen. Laut einem Beamten des Innenministeriums wurden vier Menschen getötet. Der ukrainische Kriegspräsident wirkt beim Gespräch mit Reportern müde. Arbeit und Schlaf, das war's. Können Sie Ihre Familie sehen? Kann ich nicht, nein. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor dem Krieg. Vielen Dank. Nein, doch nicht. Nein, vor drei Tagen. In der Mitte dieses Krieges. Was die Russen als Anschlag auf ukrainische Kommunikationsnetze direkt beim Fernsehturm von Kiew geplant hatten, hat auch die Holocaust-Gedenkstätte Babin Yar getroffen. Babin Yar wird bombardiert. Babin Yar. Genau. Das Denkmal. Ja, das Denkmal, welches errichtet wurde. 80 Jahre nach dieser Tragödie haben sie angefangen es zu bauen. Es ist das zweite Mal. Das ist Russland. Meinen Glückwunsch. Danke. Russland beschleunigt seinen Krieg gegen seine Nachbarn. In der östlichen Stadt Charkiv wurden am Dienstag nach einem Artilleriefeuer elf Menschen getötet und Wohnhäuser in Stücke gerissen. Hinzu kommt ein Anschlag am frühen Morgen auf das Hauptregierungsgebäude auf dem Freiheitsplatz in Charkiv. Eine Entbindungsstation in der südlichen Stadt Kherson ist gezwungen in einen Luftschutzbunker umzuziehen, weil die kranken und schwangeren Frauen nicht flüchten können. Bereits eine halbe Million Menschen haben das getan. Der ukrainische Gesundheitsminister hat dieses Bild einer Gesundheitsarbeiterin gepostet, welche von russischen Streitkräften beim Transport ihres verletzten Neffen erschossen wurde. Nördlich der Stadt scheint der 65 Kilometer lange Militärkonvoi ins Stocken geraten zu sein, was laut einem US-Beamten mit der Logistik oder Kraftstoffknappheit zu tun haben könnte. Aber Kiew ist in Abwartehaltung. Es ist die erste Woche des Krieges, von dem Russlands Präsident geschworen hatte, dass er ihn niemals führen würde.